Mein Name ist Prinzing von der Burma Prinzing. Wir stellen eine Mischungstechnik her und unter anderem hier schon seit über zehn Jahren den Roboter für die Milchviehstelle. Und ein ganz neues Gerät wird jetzt also für den Pferdebetrieb, für die Pferdestelle eingerichtet. Das läuft jetzt in Versuche mit zum Reinigen der Pedogs und auch der Laufwege. Und dadurch sticht unser Gerät dadurch, dass wir eine extra Abtastung haben über ein Tastschild und eine eigene Einrichtung für das Räumen der Bodenflächen. Somit haben wir eine sehr feinfühlige Schutzmaßnahme für die Füße bei den Kieren und wir haben eine flexible Möglichkeit von Anbaugeräten, sei es mit Besen, sei es mit anderen Möglichkeiten. Und wir sind soweit deswegen auf dem Bereich. Das war also für die Pferdestelle, weitere Produkte entwickelt worden, so dass wir also die Reinigung und die Arbeitserleichterung dann auch für die Personen im Pferdestall herausfinden und liefern können. Es ist für uns natürlich ganz besonders ideal, wenn man Fachleute da hat. Also wir sind deswegen auch überwiegend auf Fachmessen tätig. Und Veranstaltung in dieser Art bringt natürlich konzentriert die richtigen Leute her und wir können die Produkte auch etwas präsentieren. Die Veranstaltung insgesamt ist sehr positiv, was wir gesehen haben, weil man doch mit vielen unterschiedlichen Betrieben und auch mit Auszubildenden und so weiter zusammenkommen kann hier.